Traumaugenbrauen ohne Pinzette und Augenbrauenstift. Endlos Wimpern ohne Mascara. Das Ganze wisch- und wasserfest. Haltbar für 6 Wochen. Egal ob am Strand oder beim Sport. Rise and Shine. So einfach geht's. Brow Styling bei Reflecto Seal kombiniert die perfekte Augenbrauenform und Farbe in nur einer Anwendung. So kreieren Sie einen individuellen und typgerechten Augenbrauenlook. Ganz einfach, total natürlich. Zum Schluss noch Wimpern färben und Ihre Kundin ist ready. Los geht's. Für die Anwendung brauchen Sie die Reflecto Seal Brow Styling Strips und am besten die Lash & Brow Bar. Sie enthält alle Produkte, die notwendig sind. Reinigen Sie Augenbrauen und Wimpern mit dem ölfreien und wimpernstärkenden Micellen Augen-Make-up Entferner. Die Reflecto Seal Brow Styling Strips sorgen für die perfekte Braunform. Zwei Drittel aufsteigend. Ein Drittel absteigend. Die perfekte Augenbrauenfarbe unterstreicht individuell den Typ Ihrer Kundin. Die Haarfarbe soll sich darin widerspiegeln und zum Hauttyp passen. Unser Model hat rötliches Haar und einen warmen Hautton. Um Ihre Augen besser zum Strahlen zu bringen, verwenden wir eine 1 zu 1 Mischung aus Lichtbrauen und Kastanie. Mischen Sie in der Artist Palette 2 cm Reflecto Seal Augenbrauen- und Wimpernfarbe mit 10 Tropfen Reflecto Seal Oxidant Flüssig oder 15 bis 20 Tropfen der Reflecto Seal Oxidant Creme an. Das Ergebnis ist das gleiche, aber die cremige Konsistenz lässt sich leichter mischen und auftragen. Am einfachsten geht das mit dem Reflecto Seal Kosmetikpinsel. Tragen Sie die Farbe gleich nach dem Anrühren auf. Schützen Sie die umliegende Haut zusätzlich mit der Hautschutzcreme. Sie ist gleichzeitig eine feuchtigkeitsspendende Augenmaske. Abhängig vom gewünschten Ergebnis beträgt die Einwirkzeit 5 bis 10 Minuten. Je länger, desto dunkler das Ergebnis. Am Ende der individuellen Einwirkzeit entfernen Sie die Farbe mit einem trockenen Wattepad. Ziehen Sie dann mit einer raschen Bewegung entgegen der Haarwuchsrichtung die Strips ab. Reinigen Sie die Haut mit feuchter Watte nach. Für einen zusätzlichen intensiven Augenaufschlag sorgt Reflecto Seal Wimpernfarbe. Platzieren Sie die Silicone Pads am unteren Augenrand, um die Haut zu schützen. Psst, kleines Geheimnis. Hier braucht es zusätzlich keine Creme und man kann die Pads bis zu 100 Mal wiederverwenden. Mischen Sie kurz vor dem Färben 2 cm Farbe mit 10 Tropfen Reflecto Seal Oxidant Flüssig oder 15 bis 20 Tropfen der Reflecto Seal Oxidant Creme zu einer cremigen Paste. Bei den Wimpern gilt in den meisten Fällen, je dünkler, desto besser. Umso länger die Einwirkzeit, desto dünkler das Ergebnis. Tragen Sie die Farbe sofort nach dem Anrühren zuerst unter den Wimpern und dann auf dem oberen Wimpernkranz auf. Schützen Sie das Oberlid mit Hautschutzcreme und Augenmaske. Das pflegt gleichzeitig. Die Einwirkzeit bei den Wimpern beträgt 10 Minuten. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Farbe zuerst mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen. Überschüssige Farbreste mit Wasser und Watte entfernen und jetzt die Pads abnehmen. Geheimtipp, eine kleine Augenspülung sorgt für absolute Reinheit. Jetzt noch der Final Touch mit dem farbschützenden Styling Gel auf Augenbrauen und Wimpern. Und ready! So haben Sie den Bogen raus. Wir fahren mit Wasser! Wir fahren이에요. Wo ist die reinein? Wir fahren gut.